Herr Wimers, Sie waren Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium in der Regierung Kohl. Das heißt, Sie haben den Kalten Krieg miterlebt, aktiv als Politiker. Fühlen Sie sich an die Zeit erinnert? Ich habe nicht nur den Kalten Krieg erlebt. Ich war Übungsminister in der letzten großen NATO-Übung des Kalten Krieges, Vintex-Simex, und ich habe acht Tage lang konventionell und acht Tage nuklear Krieg geführt. Ich weiß, was das bedeutet. Übrigens mit einer interessanten Konsequenz. Ich habe damals, als die NATO von mir verlangte, Dresden nuklear auszulöschen, dem Bundeskanzler Helmut Kohl empfohlen, die Übung zu verlassen. Und es hat nie vorher eine solche Situation gegeben, dass die Bundesrepublik Deutschland eine NATO-Übung verlassen hat. Das hat er getan. Und das macht natürlich deutlich, dass wir immer wieder in Spannungssituationen gelebt haben. Ich habe im Dezember 1989 für den Bundeskanzler die Denkschrift erarbeitet über die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands und ausdrücklich der Zusicherung an die andere Seite, nur deutsche Truppen auf dem Territorium der ehemals bestehenden DDR zu stationieren. Keine Alliierten. Es sollte überhaupt nicht möglich sein, die NATO nach Osten zu erweitern, sondern der erste und entscheidende Schritt sollte über die europäische Gemeinschaft, war es ja damals noch, laufen. Also vor diesem Hintergrund, ich weiß schon aus eigenem Erleben, worüber man dann reden kann. Und wir haben in dieser Zeit zwei Dinge erlebt. Die Russen haben gesagt, Gorbatschow, gemeinsames Haus Europa. Waren wir auch dafür. Wir haben denen dann anschließend die kalte Schulter gezeigt. Wir haben sie nicht zugelassen, was Europa anbetrifft. Wir haben die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, die haben wir in Anbetracht einer verendeten amerikanischen Politik ganz Europa gegenüber nicht durchziehen können. Es war nicht daran gedacht, die NATO nach Osten zu erweitern. Es sollte die europäische Gemeinschaft sein. Und die Amerikaner haben in ihrem Interesse das andersrum gedreht. Das heißt nicht europäische Gemeinschaft, sondern NATO. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, hier ist eben schon mehrfach vom Völkerrecht die Rede gewesen. Das Theater, was wir derzeit haben, das ganze Inferno und die Toten, fingen an mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Die Vereinigten Staaten zerstören das Völkerrecht. Wo sie nur können. Von vorne bis hinten und in allen Teilen der Welt. Und das ist die Situation, mit der wir uns derzeit auch auseinandersetzen müssen. Das, was hier im Zusammenhang mit Syrien gesagt werden kann, will ich nicht verschweigen. Dadurch, dass die russische Föderation auf der Seite des Völkerrechts in den Krieg eingegriffen hat, auf der Seite einer legitimen Regierung, besteht jetzt zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren die Chance, sich zu treffen, zu verhandeln und möglicherweise einen Ausweg zu finden. Viereinhalb Jahre hat das niemanden interessiert, was da passiert ist. Das russische Engagement in Syrien ist jetzt die Ursache dafür, sich in Genf und in Wien ständig zu treffen und an Lösungswegen zu suchen. Das heißt, Sie meinen, das ist eher was Friedensstiftendes, dieses Eingreifen. Obwohl jetzt, man muss schon dazu sagen, also um das in Perspektive zu rücken, Ban Ki-moon hat jetzt zum Beispiel gesagt, das ist ganz eindeutig, ist das völkerrechtswidrig, es sind heute auch Schulen bombardiert worden. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass da viele Dinge völkerrechtswidrig sind. Wir haben den ganzen Afghanistan-Krieg in der Auseinandersetzung mit den Amerikanern verbracht über Kollateralschäden. Der Begriff Kollateralschäden ist ja durch die NATO in Zusammenhang mit Jugoslawien erst in die Öffentlichkeit gebracht worden. Das heißt, wir machen nichts anderes, als unseren Generalbundesanwalt davon abzuhalten, gegen Amerikaner vorzugehen, was er eigentlich tun müsste. Weil man sagt, die werden in den Vereinigten Staaten schon wegen dieser Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt. Es ist nie einer vor Gericht gestellt worden. Es hat keinen Sinn, sich diese Dinge, zerstörtes Krankenhaus da, zerstörtes Krankenhaus hier, um die Ohren zu schlagen. Das, was läuft, das, was hier läuft, ist ein Verbrechen, das uns alle umbringen wird. Bitte? Es kommt noch viel schlimmer. Wir müssen uns noch mit der Situation an Ort und Stelle so auseinandersetzen, wie es ist. Wir haben vor 14 Tagen gehört, dass der Kurdenführer Barzani öffentlich gemacht hat, jetzt den Staatsfindungs- und Staatswerdungsprozess der kurdischen Gebiete im Irak zu betreiben. Das ist im Nordirak, kommt es dazu zu erklären, dass die schon ein Autonomiegebiet sind. Völlig klar. Die wollen aber unabhängiger Staat werden. Das reißt den Iran auseinander. Dahinter stecken die Israelis. Das ist auch der Grund, warum die Bundeswehr sich an Ort und Stelle befindet. Im Irak. Und das wird die Türkei mit Sicherheit auseinanderreißen. Die türkische Republik hat schon den ganzen Konflikt auf dem Balkan zitternd erlebt unter dem Gesichtspunkt, was auf dem Balkan passiert im Zusammenhang mit Jugoslawien, trifft uns als nächstes. Und das, was da jetzt im Zusammenhang mit dieser Barzani-Äußerung gekommen ist, das wird die Welt dramatisch verändern. Wenn das kommt, ist das eine Wasserstoffbombe im Nahen und Mittleren Osten, die nicht so genannt werden will. Aber das ist eine Entwicklung, die ist verhängnisvoll und die wird uns umbringen. Das ist gar keine Frage. Frau Scholl hat jetzt gesagt, dass das Engagement Russlands darauf zurückgeht, dass Russland nie ernst genommen wurde und es quasi psychologisch erklärbar ist. Wir haben, glaube ich, mehrere Komponenten, die man da basieren muss. Und das kann man ja nüchtern erörtern. Zunächst mal ein Satz. Was war eigentlich in Syrien los vor viereinhalb Jahren? Ein Abkommen zwischen Israel und Syrien stand vor der Unterschrift, bezogen auf die Golanhöhen. Wenn das hätte durchgesetzt werden können, hätten wir eine Friedensentwicklung in diesem Teil des Nahen und Mittleren Ostens bekommen. amerikanische, britische und französische Spezialtruppen sind in Syrien reingegangen und haben den Bürgerkrieg angezündet. Das muss man so sehen, wie es ist. Das Zweite, was Russland anbetrifft. Ich meine, würde ich ja auch so sehen, der Westen hat für 5 Milliarden oder 10 Milliarden US-Dollar gegen die legitime Regierung in Kiew geputscht. Das war ein westlicher Putsch. Und das Ziel war, die Krim an sich zu reißen. Die Entscheidungen sind noch in der Nacht getroffen worden, um die russische Unterstützung für Syrien zu beseitigen. Aber wenn ich das mal sagen kann, weil ich ja selber sowas geplant habe. War es jetzt? Krieg. Achso, bei der NATO-Übung. Ja, bei dieser NATO-Übung und vor jedem konventionellen oder nuklearen Konflikt werden die Flüchtlingsströme geplant. Wir haben es ja zwischen Afghanistan und Mali mit einem Gürtel von Staaten zu tun, die von den Amerikanern flachgelegt worden sind und weiter flachgelegt werden. Und diejenigen, die das planen, planen die Flüchtlingsströme auch. Sie können ja überhaupt sich militärisch nicht bewegen, wenn sie nicht die Flüchtlingsströme im Griff haben. Eine Frage geht an Herrn Wimler. Und zwar, Sie haben gerade früher gesagt, dass Sie den Krieg geplant haben, also einen Krieg. Und als allererster werden sozusagen die Flüchtlingsströme berechnet. Ist es jetzt ungefähr absehbar für uns Europäer, wie viele Flüchtlinge nach Europa kommen werden? Das muss man den NATO-Generalsekretär und den Oberbefehlshaber Europa fragen. Und man muss beim amerikanischen Generalstabschef nachfragen, was die an den Zahlen zugrunde liegen haben. Und danach müsste man die Frage beantworten können. Sie haben auch gesagt, legitime Regierung. Wie geht das bei jemandem? Ich gebe die Frage jetzt weiter, der seine Bevölkerung bombardiert. Also, das wird nach den Regeln des Völkerrechts entschieden. Und das kann man gut finden, das muss man nicht gut finden. Es ist aber so, Wien war ja immer die Hochburg des Völkerrechts über 200 Jahre. Hier hat man ein besonders gutes Verständnis dafür. Aber wenn wir diese Kriterien wirklich ernst nehmen, müsste derjenige, der jedes Jahr 3000 Leute mit Drohnen weltweit ermorden lässt, wenn da unser Land die Bundesrepublik Deutschland demnächst besucht, der müsste natürlich direkt auf den Weg nach den Haken schicken. Sie meinen den US-Präsidenten? Ja, sicher.